So, ich habe den Weg mal rausgeschnitten, weil der unnötig ist. Also zumindest ist es unnötig, den jetzt zum 80. Mal zu laufen. Jetzt springe ich hier drüber, merke, dass ich sehr dumm bin. Geh wieder zurück. Junge, 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 Junge. Alter! Hättest du nämlich wenigstens das Ding erst aktivieren lassen können? Alter, komm! Hör doch auf mit dem Scheiß! Das ist mir scheißegal, ich springe hier runter. Oh. Zack, zack. Oh, nass. So, jetzt kann ich hier rein, danke. Uff, 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 uff. Nicht diese Dinos aus Super Mario, hallo! Zum Glück habe ich eine Fehl. Zieht das jetzt eigentlich als tot? Okay, das ist jetzt nicht... Überliegt die beste Art, das Spiel durchzuspielen, wenn man ständig diesen Screen sieht, aber... Das sieht doch sehr verdächtig aus hier. Ich erinnere mich nämlich an diese Truhe dort. Okay, du hast das schon mal dort nicht? Äh, nein. Warte, warte, warte. Warte, warte. Da war, glaub ich, ein Weg rein sogar. Oh, na, ist es punkten. Renn gegen die Wand. Tu es noch einmal. Und jetzt frag dich, warum du dumm bist. Du findest keine Antwort. Okay, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock mehr. Diese Schlüssel-Sache, die hat's... Ja, danke. Die hat alles durcheinander gehauen. Komm. Zack. So. Dungeon-Item. Du hast den Hammer erhalten. Oh, wow, das ist ja der Hammer. Shit. Das ist aus mir geworden. Zack. Ähm, runter. Hoch. Und zack. Und... Bam. Zack. So, die Aufnahme geht schon 40 Minuten fast. Alter. Das war Skull. Wait. Ja, ich muss erst so klang. Zack. Bist du mein Herz? Oh, nett. Hä? Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, die fallen alle runter. Da. Ist hier noch ein Herz drin? Ne, das ist mich. Weil ich offensichtlich von diesen Teilen gehasst werde. So, die Teile sind sinnlos. Zumindest jetzt für mich. Was ist die Teile? Dieses Teil da. Also, das hier. So, ich schiebe jetzt eine weitere mal diese Statue da drauf. Oh mein Gott, nicht schon wieder. Ich glaube ich besiege diesen Typen zuerst. Ach shit. Ja, wenigstens. Wenigstens ein Pfeil. Junge, als ob mich dieses Teil gerade gehittet hat. Dieses Teil. Ich habe jedes Pokémon Mystery Dungeon gespielt und dieses Teil hittet mich. Also, guck mal schon. Es wird langsam lächerlich. Gut. Zum Glück habe ich jetzt diesen Hammer. Bäm. Ach, jetzt kann ich auch diese... ...diese Teile besiegen. Ja, das sind alles Teile. Oh lol. Was ein Rätsel. Ich habe jetzt übrigens auch bemerkt, dass ich mich nach oben und unten gehen kann und nicht nach seitlich. So, Bombe und Bombe. Und Schlüssel. Und... ...reingehen und... ...bäm. Bäm. 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 Jetzt bin ich interessiert, ob da noch was war. Nein, da war nichts. Ach. Ach. Ach lol. Kannst du gleich nochmal hiten oder dann? Sind sie raus oder wie? Nein. Nicht immer. Alter. Alter. Ich hätte... Ich hätte mit vollem Herzen in diesen Bosskampf reingehen können. Aber ich bin einfach nur schlecht. Ähm... Kann ich durch? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich aber auch den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Vielleicht werde ich aber auch hin teleportieren. Ja. Ja. Das sind nicht Glück. Hier, ich werde dann teleportiert. Warum tue ich das? Warum gebe ich mir nicht einmal Mühe? Ich bin einfach komplett unkonzentriert und deswegen... Bringe ich hier nur noch Scheiße raus? Was zur Hölle ist das? Muss ich dich mit diesem Hammer besiegen? Ich bezweifle das. Vielleicht so. I don't give a fuck. Because... Fairy... Ich hab... Ich glaub sogar noch eine, also... Warte, falsche Taste wieder einmal. X. Nein, es ist eben nicht X. Es ist Start. Habe ich noch eine? Nice. Nice. Und was mache ich jetzt mit dem Typen hier? Was ist denn? Mäh. Null. Was muss ich machen? Ich geh stark davon aus, dass irgendwas mit dem Zeug hier hinten zu tun hat. Hier ist irgendwie seine Maske kaputt. Hier ist irgendwie seine Maske kaputt. War die von Anfang an kaputt, oder? Ich hab kurz nachgeguckt. Mit dem Hammer soll es angeblich auch gehen. Ich hab kurz nachgeguckt. Ich bevorzuge aber, glaub ich, die Variante mit den Bomben. Aus offensichtlichen Gründen. Weil irgendwie dieser scheiß Hammer bringt nichts. So, komm, renn rein in die Bombe. Vielleicht... Ah, komm. Ich will es mal mit dem Hammer probieren. Ja, ja. Ach, keine Ahnung. Das funktioniert nicht mit dem Hammer. Zack, zack. Komm, eine muss er treffen. Danke. Jetzt muss ich hier sein grünes Ding treffen wahrscheinlich. Bam, 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 bam. Und seine Schweifattacke? Junge. Nicht schlechter Typ. Reicht das? Easy. Hat ja noch fast eine Stunde gedauert. Okay, der Boss kommt jetzt nicht, aber der... Yay, ich bin jetzt Ethereum-Millionär. So, und was bringt mir das jetzt? Oh mein Gott, 3D-Grafik. Link, ich danke dir. Durch dich konnte ich den grausamen Sonnen entrinnen. Kein Ding. Mach's doch gerne. Einst war dies das goldene Land, wo sich das Trifos, die goldene Macht, befand. Und das reimt sich... Hand. Doch als Ghanom, der Anführer, der Diebe, sich diese Macht zu eigen machte, verwandelte er das goldene Land in die Schattenwelt. Nun will er Hyrule erobern. Mit unseren Kräften hat er das Siegel am Tor nach Hyrule gebrochen. Doch das Tor ist noch nicht ganz auf. Wir haben noch eine Chance, hey. Wir sieben Mädchen allesamt nachfahrende Weisen können gemeinsam den Zutritt zu Ghanons Versteck öffnen. Ich sage denen nun, wo die anderen Menschen festgehalten werden. Mit dir wird es uns gelingen, Ghanon zu bezwingen. Dann kann ich wieder ich selbst sein. Hast du das alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Teufels führen. Ja, genau. Sehe ich auch so. So, und das wird jetzt alles auf der Karte markiert, wo ich hin muss. Das ist doch optimal. Ja, so. Bye. Keine Ahnung. Ich würde es auch aufgenommen für heute, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich bin jetzt überhaupt. 10 Uhr 5. Also 22 Uhr 5. Äh, jo. Tschüss. So. So. So.